Herzlich willkommen mal wieder hier bei den TimeZone News vom Roten Sofa. Zuerst mal wieder was zu verlosen, und zwar das Jahresabo vom Oxfansin. Sehr viele haben diesmal mitgemacht. Euch ist wohl langweilig zu Hause. Und ein Jahr des Oxfansin geht an Holger Haag. Holger, wir melden uns bei dir und dann kriegst du bald diese wunderbare Zeitschrift. Damit euch anderen aber auch nicht langweilig wird, gibt es natürlich wieder geile Musik. Das ist zum einen Jean-Fleuris' wunderbare Chanson. Dann auch nicht ganz einfach für mich auszusprechen, Kelly Cardinal. Indigene Singer-Songwriter-Musik aus Kanada. Und last aber ganz bestimmt noch. Bestimmt nicht als letztes. Die Dirty Black Shirts mit ihrer ersten Single Lonesome Tonight. Coole, handgemachte Rockmusik. Hört da rein, bald kommt das Album. Langweilt euch nicht zu sehr. Bis nächste Woche. Euer Daniel. Bis zum nächsten Mal.